Wir haben hier noch drei Bahnsteige zu machen. Ob wir die wohl in dieser Folge noch fertig kriegen? Ja doch, das kriegen wir wohl hin. Dann wären wir nämlich mit diesen Kollegen hier komplett fertig. Das war verkehrt. Wer muss da hin? Ich brauche die blauen. Und dann hätten wir nur noch die Lampen zu machen. Ja gut, das ist schön. Moment mal, die anderen müssen wir auch noch mit den Schildern. Ja, okay. Die kommen danach. So, da muss da noch einer hin. Dann setzen wir noch mal so einen hin. Jetzt will ich mal ein bisschen schauen. Achso, ich fange bei dem vorderen an. Ja, okay. Alles klar. Gut. Passt. Und so. Hier machen wir keinen mehr hin. Dort aber sollen noch zwei hin. Einer gleich hier vorne. So, und dann noch einer dort. Äh, ne. Das ist... Ich frage mich, wie das geht, aber irgendwie ging es wohl. Okay, so. Weiter zum nächsten Bahnsteig. Ähm, und essen auch noch. Ja, das können wir auf jeden Fall hin. Und dann kann ich mit den anderen sogar auch schon anfangen. Mit den Hinweisschildern. So. Hier machen wir dann noch einen... Naja, nee. Das wollen wir schon durchlaufen können. So. Ähm, ich würde das gerne da hinmachen. So. Ähm, ich würde das gerne da hinmachen. Und auch hier noch einen. Dann setzen wir da noch einen hin. Da stehe ich mir im Weg. Ja, okay. So. Da soll da noch einer hin. Und hinten nochmal zwei. Dann mache ich mal einen da hin. So. Und dort noch einen. Äh, äh, irgendwie hier so. So. Okay. Dann hätten wir den Bahnsteig. Ja, aber Moment mal. Haben wir den jetzt? Ja, den haben wir auch schon. Okay, wir haben ja nur noch einen vor uns. Ja. Ähm, umso besser. Ach so, aber da kann ich ja nur auf einer Seite wieder machen. Ja, okay. Dann kommt mal einer davon hin. Hey, wenn das so weitergeht, können wir vielleicht die anderen dann auch noch hin. Dann. Diese Hinweisdinger da. Na ja, gut. Mal abwarten. Schauen wir mal. So. Äh, auf der Seite noch. So. Soll gleich hier vorne einer hin. So. Und hinten noch einer. Dann machen wir so einen hin. Okay. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das hier. Ja, dann bleiben wir gleich hier. Wir können die jetzt wegpacken. Die brauchen wir nicht mehr. Und wir brauchen jetzt nur diese hier. Dann stecke ich mal die da drüben hin. So. Und hier kann ich... Äh, die Schaufel gehört da. Ja, okay. So. Machen wir das so. Allerdings will ich jetzt doch nicht hier anfangen, sondern nochmal nach da vorne laufen. Und schauen, was wir da überhaupt noch... äh, wie viele das sein sollen. Das sollen nämlich gar nicht so viele sein. Ich glaube, zwei nur oder so. Da ist einer. So. Haben wir hier in der Mitte irgendwo was? Ja, doch. Da steht auch einer. Hier kommt jetzt keiner mehr. Ja. Und da hinten noch einer. Okay. Wir haben also drei Stück. Ja. Dann bleiben ja auch beide sind drei. Da steht tatsächlich ein Skelett. Okay. Oh, sogar noch eins. Ich kriege euch alle. So. Und jetzt... ja, du auch noch. So. Nein. Hand. Okay. Das war jetzt mal gut vorgehalten. Ja, ich lasse die Sachen jetzt einfach da. Wir laufen zu den hinteren. Da steht schon wieder ein Skelett. Ey, wo kommen die alle hier? Achso, das kann ich hier nicht sehen. Oder? Kann ich das sehen? Nö. Hm. Naja. Äh, schnell was essen und dann... Ach, dann kriegen wir ja doch in dieser... Ja, komm, das schaffen wir noch. Das wird in dieser Aufnahme die... Ja, wir müssen... Dramasechs... Dramasechs ist 18. Ein 18 Stück müssen wir hinbauen. Ob wir es wohl schaffen? Ja, gut. Wenn nicht, dann nicht. So. Einmal... hier hin. Und dann kommt... Achso, die muss ich ja wieder wegklicken hier. Naja. Ist das auch nicht so aufwendig. So. Und... die Rahmen dahin. Ja. Das passt. Dann eins in die Mitte irgendwo. Kann man das dahin? Ne, mach mal... Machen wir genau direkt dahin. Das passt da am besten. Machen wir einfach mal so und die kommen dahin. So, dann haben wir... Ja, gut. Jetzt einmal noch so ein Ding. Und dann haben wir hier... einen Bahnsteig, wo wir nur noch... Lampen hinbauen müssen. Ah, wir haben einen da. Ähm... Machen wir das hin? Da. Doch, hier würde ich sagen, passt das ganz gut hin. So. So. Dann da wieder oben. Und hier wieder unten. Und die restlichen machen wir so. Okay, also hier. Ein Bahnsteig. Wo jetzt nur noch die Lampen fehlen. Und gleich haben wir... den auch hier. Ne, da passt das nicht mehr hin. Dann machen wir... Dann machen wir das da hin. Oder kann man das mal direkt daneben machen? Ja doch, das geht auch. Ah, das ist aber doof. Ne, wir machen das da hin. Äh... Ne, ich muss den hier weg machen. Oh gut, der Zombie ist weit weg. So, und auch... Hier noch. Oh, ich hätte eine Idee. Kann ich da oben auf den Zaun... vielleicht eine Rotsteinfackel drauf bauen? Ne, da kann ich... Also wenn ich eine normale nicht hin machen kann... dann geht auch eine Rotsteinfackel nicht. Ja gut, dann geht das eben nicht. Auf geht's weiter in... da in die Mitte eins hinsetzen. hier zwischen den... ja genau, hier gleich da... hier gleich da... da eins hin... da noch dran... so... so... und hier... so... noch eins... dann haben wir den Bahnsteig auch soweit fertig. Ähm... ja, auch gleich hier... hier... nicht allzu weit nach hinten... ähm... lass mich doch hier durch... und so... und da hin... na los, geht da hin... jetzt... gut, also haben wir die zwei Bahnsteige da auch fertig... jetzt noch den einen... von den dreien in der Mitte... war das der hier... ne, hier steht das schon... dann war es der erst recht nicht... das war einer der beiden Äußeren... ja genau, hier ist das... stellen wir das... ne, da geht's leider nicht... oder? ne, bisschen zu eng... ja, da ist genug Platz... ich will das halt nicht direkt ganz irgendwo dran machen... so und so... und dann die hier noch... da fehlt noch was... ich will ja schon überall was dran haben... so... auf in die Mitte... das mit den Lampen wird halt noch aufwendig dann... hm... wo haben wir das denn? hier... das wird uns noch eine Weile beschäftigen dann... aber ja, gut... so... ne, da hin... dann da unten noch... äh... wo ging das jetzt hin? ach... da drauf... okay... ähm... ne... okay... ja, interessant... das finde ich aber cool... okay... gut, lass ich so... so... dann noch einer... hier hin... ne, das ist außerhalb der Mitte... glaube ich... nochmal das da hin... okay... hier... ein Schild da hin... ein Schild da hin... noch eins da hin... ... noch eins da hin... Und da noch. So, dann haben wir den in der Mitte auch. Und jetzt kommen hier noch drei. Naja, komm, das machen wir noch. Das müssen wir noch in der Aufnahme jetzt hinkriegen. Und dann kann aber auch Schluss sein. Ja, sehr gut. Dann können wir beim nächsten Mal alles für die Lampen vorbereiten. Ja, genau. Ich plane jetzt gerade mal ein bisschen voraus. Da können wir dann alles für die Lampen vorbereiten. Und dann vielleicht auch schon ein bisschen anfangen. Aber dann geht es auch erst mal wieder woanders hin. Ich weiß auch schon wo. Nämlich zum Wüstenhabitat. Da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Ein bisschen was entschieden. Auch da müssen wir das erst noch vorbereiten. Aber kommt alles so nach und nach. So, das wäre die zweite Säule hier. So. Noch eine da. Und dann haben wir noch zwei Bahnsteiger. Ja, das können wir noch. Können wir auch. Obwohl, die Zeit. Sie geht da hin. Wir dürften ziemlich gut, ziemlich pünktlich fertig werden. Wo haben wir denn da Platz? Dort. Wir müssen den hier weg machen. Den setzen wir dann... Den setzen wir dann da hinten hin. So. Habe ich jetzt noch genug Schilder? Ja. Aber das wäre ja doof, wenn mir die Schilder ausgingen. Na ja, dann müssen wir halt neu machen. Aber dann wären wir diese... Diese Dings nicht mehr fertig. 16. Oh, das wird knapp. Na ja, dann müssen wir eben neu machen. Ist ja schnell gemacht. Rahmen, ja gut, wenn die Materialien da sind. Rahmen gehen ja dann schneller. Aber auch dafür brauche ich halt die... Nee, Rahmen dauern länger. Weil da mehr verbaut wird. Haben wir da überall was? Ja. Oder ich hänge noch eine Folge dran. Ja, doch. Ich glaube, ich mache das. Ich hänge einfach noch eine Folge dran. Dann muss ich jetzt nicht hetzen. Zeit habe ich ja... Wo setze ich jetzt den hin? Achso, dann machen wir da einfach nur zwei hin. Das kann man auch machen. Weil der Bahnsteig ja sowieso ein bisschen anders ist. Ja, das ist auch schön so. Dass da nicht alles so ganz genau gleich ist. Sondern ein bisschen Abwechslung ist. So, und hier noch einer. Das reicht hier. Äh, wie machen wir das denn hier? Na ja, doch. Hier auf jeden Fall was. So. Dann da einer. Und da noch einer. So, und dann schauen wir mal. Das ist ja der letzte hier, genau. Da in der Mitte noch irgendwo einer hin. Da sollte doch Platz sein. Ja, doch, hier. Ja, treffen muss ich schon. So, jetzt habe ich keine Schilder mehr. Das heißt, ich muss welche bauen. Aber das macht nichts. Ja. Für die letzten... Ähm, die machen wir dann... Der ist ein bisschen knapp hier. Dann setzen wir den hier weg. Na, hoch da. So. Und da hin. Der kommt hier hin. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Schilder. Dann wären wir fertig. Vielleicht habe ich sogar noch hier unten welche in der Kiste. Da teleportiere mich jetzt einfach hin. Dann. Dann.